Haben Sie Probleme mit Ihrer Schlaglänge, dann ist der folgende Tipp genau das Richtige für Sie. In den meisten Fällen hängt die zu geringe Schlaglänge mit der zu wenigen Körperdrehung oder Schulterdrehung zusammen. Nehmen Sie sich dafür einen Tourstick, halten Sie ihn mit gekreuften Armen vorsicht vor die Brust und drehen jetzt so weit, sodass die Verlängerung des Toursticks auf Höhe des rechten Fußes vor Ihnen auf dem Boden zeigt. So können Sie kontrollieren, ob die Schultern wie viel gedreht sind. Wenn Sie weiterhin Probleme haben mit der Körperdrehung oder mit der Ringschlaglänge, dann melden Sie sich in der Golflaunch. Mein Name ist Marc Schlenker.